Letztes Jahr wurde er noch hart gedisst, Stichworte Star Trek Frisur und Zentralverriegelung. Aber was ist denn nun im Verhältnis zwischen Farid Bang und Shindy passiert? Das seht ihr nach dem Intro, mein Name ist Manu und ihr seht Rapptastisch. Farid Bang und Shindy gelten in der Szene als absolute Sympathieträger und Lieblinge der Fans. Fast jeder würde es feiern, wenn die beiden gut miteinander klarkommen würden. Doch wie bereits erwähnt, gibt es eine längere Beef-Geschichte zwischen den beiden. Es sind Aussagen und Lines gefallen, die eine längere Freundschaft so nicht einfach möglich machen. So bezeichnete beispielsweise der Banger noch vor einigen Monaten Shindy als größten Hund im Deutschrap. Auf einem Feature-Song widmet Farid, dem Bietigheimer sogar einen kompletten Part, den er nur gegen Shindy rappt. Dabei rappte er auch eine Line gegen Shindys Vater. Diese zog er allerdings im Nachhinein zurück und entschuldigte sich, da er nicht wusste, dass sein Vater verstorben sei. Nun hakt ein Fan beim Düsseldorfer nach, wie denn das aktuelle Verhältnis zwischen ihm und Shindy ist, da man lange nichts mehr in den Bezug gehört hat. Der 32-Jährige erklärt daraufhin, dass der Shindy nicht kennt und das Verhältnis demnach neutral ist. Das ist jetzt keine Freundschaftserklärung, aber immerhin ein Fortschritt zum letztjährigen Stand. Was meint ihr dazu und würdet ihr einen Feature-Track zwischen der JBG-Crew und Shindy feiern? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare, ansonsten haben wir noch weitere Videos für euch, die ihr gerne abschicken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Rapptastisch. Bis zum nächsten Mal bei Rapptastisch.